Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Car Mechanics Simulator 2021 hier aus CGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich kann auch da drinnen bleiben, ich kann auch schon ein bisschen abbauen. So, zum Beispiel hier den Anlasser, weil der ist nämlich definitiv defekt. So, und dann haben wir rausgefunden, dass das Teil hier defekt ist, das ist ein Katalysator. Der bringt uns gut Geld und dann haben wir hier hinten noch einen Endpot, der war auch kaputt. Den müssen wir auch rausnehmen. So, gut. Wir haben Kompetenzpunkte. Ähm, ja, eigentlich nochmal Escape drücken. So, die möchte ich gerne verteilen und ich möchte sie ganz gerne hier drinnen verteilen. Ich müsste genügend haben, genau. Und dann kann ich nämlich jetzt alles reparieren, was man reparieren kann. Und dann gehen wir ganz kurz mal rüber in die Werkstatt und dann können wir dann hier oben auch Querverweise machen. 10% haben wir schon, ja, sehr gut. So, jetzt müssten wir eigentlich auch hier drinnen, aber da haben wir keine passenden Teile für. Dann können wir hier mal gucken. Ja, hier sind einige Teile dabei, die wir reparieren können. Dann, äh, die Drosselklappe zum Beispiel. Verdammt. Das war so nicht gedacht. So, da haben wir kein passendes Teil für. Da haben wir auch kein passendes Teil für. Nee, noch irgendwas. Nein, auch kein passendes Teil für. Und das sind ja die Teile hier wieder, aber die würde ich dann wirklich nicht kaputt machen. Das eine, was ich schon kaputt gemacht habe, reicht mir. Gut, okay. Na dann. Ähm, wo ist eigentlich mein Schweißgerät? Wo steht das rum? Ist mein Schweißgerät? Ach, hier ist ein Schweißgerät. Ah, guck mal, da ist es. Gut. Sehr gut. Okay, das ist also auch bloß ein Knopf drücken und dann schweißt mir das das alles wieder zusammen. Das war ja jetzt nicht so gut, dass ich den da kaputt gemacht habe. Das wollte ich ja gar nicht. Ähm, Steuerkette. Das Teil hier, das Teil, das Teil, das Teil. Im Kerzen, den Riemen hier, die Wasserpumpe, Wasserpumpenriemenscheibe. Das sind erstmal auf jeden Fall die Teile, die von dem Fahrzeug kommen, die ich kaufen kann. So, das geht, äh, hier. Da. Einkaufsliste. Genau, den kaufen wir. Einmal. Einkaufsliste. Katalysator, kaufen, einmal. Einkaufsliste, Anlasser. Gibt's hier nicht. Äh, Drosselklappe, die gibt's. Äh, Nockenwelle gibt's hier. Steuerkette. Steuerkette. Nockenwellenrad. Führung. Zahnriemen. Wasserpumpe. Riemscheibe. Achso, warte mal. Ähm, da muss ich nochmal in den Elektrolaunen gehen. Ich brauche einen Anlasser. Düdüdüdüd. Da. Ähm. Welchen brauche ich denn? 100 Anlasser. Gut, dann können wir die Einkaufsliste leeren. So, und dann fangen wir hier erstmal an, ein paar Teile wieder anzubauen. Erstmal, äh. So, und dann gucken wir mal, dass wir dann noch ein bisschen gut rumkommen. Und dann, naja, doch, es könnte, es könnte sich ausgehen, dass wir mit der Kohle, die wir aus diesem Auftrag kriegen, hier ein paar Punkte zusammenbekommen. So, da müssen wir mal Schraubchen schrauben. Eins, zwei. Sehr gut. Okay. Dann gucken wir jetzt nochmal ganz kurz in die Liste. Hier sind immer noch zwei Teile nicht gefunden. Und eigentlich habe ich den ganzen Motor schon gesehen. Ich nehme jetzt die Ölbarn ab, wo ist meine Orientierung, hoffnungslos, verloren. So, mach mal Öl runter. Ich nehme die Ölbarn noch, aber ich gucke jetzt von unten, ob von unten irgendwas in der Richtung kaputt ist. Ähm. Obwohl, das sieht ja auch ziemlich kaputt aus, das Teil, ne? Ja. Ich will die Ölbarn nicht direkt abschrauben. Jo, Blonsky, warum das denn nicht? Ja, weil das Teil da drin hängt. Wenn die nicht von hier abschrauben. No. Super. Läuft. Läuft, würde ich sagen. Ähm. Die sind auch ziemlich schrottig aus, aber das ist bloß so angerostet wahrscheinlich. Den hier, den ich mal haben. Könnte sein, dass die Serbo-Pumpe auch zur Generalüberholung des Motors gehört. Ja, da haben wir die Serbo-Pumpe. Okay. Wie müsste ich denn mal noch einkaufen? Ah, da gibt es auch viele unterschiedliche, ne? So, wo ist der Laden, da ist der Laden, hierhin, dahin, dorthin. Hä? Ich wollte eine Serbo-Pumpe in meiner Einkaufsliste haben. Was mache ich denn hier? So was. Gut. Gut. Dann jetzt. Serbo-Pumpe. Wie? Okay. Gut. Aber die Ölwanne nehme ich trotzdem ab. Guck da jetzt von unten rein und gucken mal, ob da unten ein Ölwand kaputt ist. Vielleicht ist es ja auch die Kohlwelle. Dass wir das Getriebe noch abnehmen dürfen. Ähm. Genau das tut man es nicht. Jetzt müssen wir Bolzen suchen. Da ist einer. Da ist einer. Da hinten ist einer. Oh, wenig Schrauben an der Ölwanne. Wenn ich das mal so ganz kurz bemerken darf. So, dann gucken wir noch von unten mal rein und dann sehen wir... Hier ist ein Teil, das sieht aus, als wenn das kaputt ist. So. Das ist es auch gewesen. Das letzte Teil. Okay, was wir... Was wir brauchten. Okay. Wir gucken mal im Inventar. Achso, haben wir ja schon. Dann gucken wir jetzt nochmal da und dann sagen wir, Einkaufnis zu öffnen. Ähm. Ach ja. Okay. Probieren wir einen Lagerdeckel. Da brauchen wir nur einen. Das hat auch geklickt. Das war mein Problem. Gut. Sehr schön. Dann haben wir es doch alles gefunden. Oder? Ja. Jetzt haben wir alles gefunden. Alles gefunden. Alles gefunden. Gut. Dann heißt es einfach nur noch fleißig zusammenschrauben wieder alles. Flüssigkeiten drauf machen. Gut. Den Kopf hätte ich jetzt wirklich nicht runternehmen müssen. Aber naja, gut. Das war jetzt dann das kleine Stückchen... Guck mal, da kann man reingucken in den Motor. Hätten wir da das kaputte Ding gesehen? Ich glaube ja, ne? Hehe. Na gut. Ähm. Ähm. Schön, aber selten. Schön, aber selten. Ist noch irgendwas von unten jetzt? Irgendwie erstmal nicht, ne? Der Rest müsste alles jetzt von oben sein. Nach unten fahren, bitte. Und dann schrauben wir den ganzen Koffer hier wieder zusammen. Und dann ist das Ding auch wieder gut. Und dann kann das hier natürlich jetzt, äh, ganz ruhig vor sich hin brummen. So, dann gucken wir nachher, welche Teile wir vielleicht repariert kriegen. Von denen, die übergeblieben sind. Ähm. Am Schluss der ganzen Veranstaltung hier. Und dann... ...sollte oder könnte eventuell sogar... ...da noch ein bisschen was kommen. Noch Punkte. Technisch machen wir hier noch ein bisschen was. Also wie gesagt, also wenn man jetzt hier natürlich... ...das mit dem Motor überprüfen hätte können. Wäre auch gut. Aber gut, wenn der Anlasser kaputt ist, dann kriegst du natürlich auch nicht durchgeleiert. Da hat er schon recht, ne? Also das ist ja dann... Dann kriegst du halt ihn doch wirklich nicht hin, dass du dann... ...sauber durchleiern kannst. Und die Kompression prüfen kannst. Stimmt eigentlich schon. Also vom Fehlerbild ist das alles in Ordnung. Schöne, ruhige Musik. Das ist ja auch nicht aggressiv. Das ist ja gar nicht aggressiv. Was habe ich denn da angemacht heute? Hätte ich angemacht? Ich hoffe nicht. Sonst kann ich wieder nicht monetizieren. Sonst kann es sein, dass da irgendwelche Claims drauf kommen. Weil das hatte ich nämlich mal. Ich habe nämlich mal quasi einen Großteil der Bibliothek von YouTube runtergeladen. Und dann hatte ich das Problem, dass die eigene... Also die von YouTube freigegebene Musik wird mal nicht mehr freigegeben war. War auch nicht schön. Habe ich auch gedacht so. Na toll. Seitdem mache ich eigentlich die Musik immer auf eine extra Tonspur, damit ich, wenn sowas auftritt, die Tonspur an der Stelle einfach umschalte. Aber halt eben nur die Musik-Tonspur und da ist der Restarbeit. Weil es gibt ein intelligentes System, was YouTube dort nutzen möchte oder was dort eben angeboten wird. So nach dem Motto, ja, mach bloß diese unerlaubten Töne raus, alle anderen bleiben drin. Funktioniert nicht. Also hat bis jetzt bei mir noch nie funktioniert. Bei mir war dann immer alles raus. Das hat sich immer ganz merkwürdig dann angehört. Naja. Aber so ist es halt manchmal. Man kann ja nicht alles haben. Man kann zwar alles essen. Meist nur einmal. Aber man kann alles essen. Man kann aber nicht alles wissen. Ab einmal kann man alles essen. Nur die Frage, wie lange man nach dem Essen noch macht. Das ist immer so ein bisschen, ne. Gibt so ein paar Pilze, dann machst du nicht mehr lange. Aber gut. Das wollen wir natürlich nicht. So. Dann müssen wir jetzt mal hier unten wieder uns mit dem Kühler rumärgern. Also. Mit der Ansicht hier, die dann da immer wieder wandert. Er zoomt immer automatisch raus, ne. Wenn man ein Teil auswählt, dann zoomt der immer gleich vollkommen automatisch raus. Finde ich gar nicht mehr so schön. Aber gut. Es ist halt so eingebaut. Dann müssen wir mit leben. So. Dann haben wir hier den. Das sieht ja auch nicht mehr cool aus, ne. Den müssen wir online machen. Hm, 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 hm. Tabletch. Einkaufsliste. Kaufen. Einkaufsliste. Krieren. Krieren. So. Generator. Oder halt die Lima. Die Lichtmaschine. Der Riemen. Noch eine Umlenkrolle und dann hier das Lüfterrad. Interessant, dass in dem Motor so ein großes Lüfterrad dran erhängt. Für die Kühlung. Und dass es da dran erhängt. Bei moderneren Autos ist das eigentlich anders gehandhabt. Aber gut. So, dann die MPI rein hier. So, dann brauchen wir... Die Kette. Und den Deckel drauf. Aber gut, das war schon was Fieses, wo man wirklich ein bisschen mehr abbauen musste, als man oberflächlich dann sehen kann. Das ist schon mal ganz gut gelaufen für uns. Dann haben wir doch wenigstens jetzt auch den Auftrag hier fertig. Komplett fertig. So. Sehr gut. So, haben wir noch was? Ah, hier die Drosselklappe. Ja, aber die habe ich leider komplett kaputt gemacht. Fahre, das wäre ein Teil gewesen, was ich repariert hätte können. Wo ich sozusagen dann den Gewinn ein wenig besser haben hätte können. Und so habe ich Geld ausgegeben und musste das Teil kaufen. Also hätte ich da gar keinen Gewinn mitgemacht haben. Leider Gottes. Habe ja nicht den Cut und doch den Input habe ich schon wieder eingebaut, ne? Input könnte ich vergessen haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann können wir hier das Ding noch wieder voll machen. Ich kenne nicht, wie das ist, wenn ich jetzt die Dings nicht aufmache und dann hier reinkippe, ob das dann gleich durchläuft. Und ich in die 50 Dollar Strafe bezahlen muss, oder ich dann nicht reinkippen kann. Das müssten wir auch nochmal ausprobieren. So, dann gucken wir doch mal. Hier haben wir alles erreicht. Hier haben wir alles erreicht. Hier haben wir alles erreicht. Gut. Dann machen wir den Deckel zu. Dann nehmen wir das Auto vor die Tür. So, wollen wir nochmal gucken, ob wir die Punkte dann noch kriegen, wenn wir das jetzt machen. Wenn ich den Test hier mache, weil für die Kolben und so müsste ich hier die Punkte noch kriegen. Die kenne ich ja noch nicht. Hier, die ist ja nicht in der Hand. Oh ja. Spiel doch gut aus. Haben wir noch ein paar Punkte gekriegt. Gut. Dann würde ich sagen, ist dieser Auftrag erledigt. Und dann gucken wir, wie viel Geld wir haben. Fahrzeug bewegen. Ne, nicht bewegen, sondern ich wollte einen Kunden anrufen. Da. Zack. Kunde anrufen. Was kriegen wir überhaupt? 2.700 ist nicht ganz so viel. Also die Karosserieaufträge, die lohnen sich durchaus bei weitem besser. Gut. Aber wir haben jetzt 16.000. Was renne ich eigentlich rein? Na gut, egal. Ich habe da auch ein Handy. Ein schnurloses Telefon. Gucken wir mal. Nehmen wir einen Reinkarosserieauftrag. Dann nehmen wir den nochmal schnell. Das kriegen wir hin. Den können wir draußen vor der Tür erledigen. Ein paar Teile an- und ausgebaut. Oder möchte er gestreißt werden? Das wissen wir nicht. Ich repariere die Karosserie, Außenspiegel, Heckklappe. Hoppala. Das ist ja einmal alles. Ja, das sind ja jede Menge Teile. Also Außenspiegel rechts, Heckklappe, Karosserie. Scheibe rechts. Fahrung mal rechts. Also Außenspiegel rechts. Ich glaube, die Tür rechts will er auch haben. Sieht auch nicht cool aus. Rotflügel sieht nicht gut aus. So, wo nochmal. Ne, ne, das wollte ich nicht. So, hier, da. Also Kotflügel rechts. Auch der andere Kotflügel. Vorne ist wechselbedürftig. Okay. Wir müssen es blicklich nicht ausbauen. Die Tür sieht auch scheiße aus. Windschutzscheibe sieht scheiße aus. So, die Heckklappe da bestimmt auch. So, dann gucken wir weiter. Also, Außenspiegel rechts haben wir. Heckklappe haben wir. Karosseriescheibe rechts. Müssen sie die sein. Haben wir. So, Kotflügel links, rechts haben wir. Scheinwerfer links, rechts haben wir nicht. So, Stange vorne, okay. Tür links, rechts haben wir. Türscheibe vorne links haben wir auch. Und die Windschutzscheibe haben wir auch. Okay, dann geht es jetzt so dran, Teile zu kaufen. so das heißt ich muss da hin ich muss jetzt in den karosserie shop bodywork diesen hier also wir haben den außenspiegel recht kaufen wir haben ausgebaut die karosserie scheibe rechts wir haben den kotflügel den kotflügel wir haben das rücklicht das rücklicht das vorderlicht das vorderlicht wir haben ausgebaut die windschutzscheibe so die türen auch ausgebaut vorne gut sie dann noch wieder zusammenbauen mal gucken was uns fehlt nicht haben wir ich hätte mal gucken können was ich reparieren kann ja natürlich jetzt noch besser gewesen das ja fast clever gewesen wie teile na gut dann versuchen wir mal ein bisschen was zu reparieren dann verkaufen wir es halt teurer wieder oh gott das war ja komplett daneben okay das ging da muss man sich erst mal wieder rein fuchsen hier okay gut also ein bisschen was repariert hat ein bisschen geld gekostet mal gucken ob ich teile wieder von verkaufen können anbauen so ich glaube das ding habe ich repariert gekriegt genau das ding haben wir jetzt zweimal eine tasche das ding haben wir auch zweimal eine tasche neu so naja die scheibe muss ich noch kaufen spiegel ist okay und scheibe ist okay ich glaube man repariert oder gekauft das ding spiegel haben wir auch nicht und den kotflügel habe ich jetzt so auch wo wir noch die plate wieder das heißt wir brauchen jetzt noch die seitenscheiben vorn seitenscheibe hinten hinten und beide seiten dann müssen wir gucken haben wir alles wunder genau dann würde ich sagen beenden wir den auftrag was kriegen wir jetzt hier in kohle und dann kriegt man eigentlich ganz gut durch die teile gewonnen also 4300 ist schon mal ganz gut wohl ja doch ein bisschen mehr haben wir als vorher jetzt mal ganz kurz gucken wir haben jetzt hier so ein paar teile dabei ist natürlich sehr schade dass ich die jetzt habe weil ja die sind auf 100 prozent könnte ich jetzt verkaufen klar aber das bringt mir natürlich ganz wenig gut den scheibe kann ich reparieren 40 oder für 32 verkaufe ich den 11 verkaufe ich auch noch 11 41 ja so den spiegel gut was ist das für ein teil hier ach so da können wir mal ganz kurz gucken ob wir davon irgendwann noch etwas repariert kriegen naja guck mal an hier das teil hätten wir auch reparieren können naja haben wir fürs nächste auto schon mal so ein teil mit in der tasche wie gesagt wenn wir jetzt noch mal so ein karosserie auftrag kriegen mit so einem autowagen hier mit dem volvo verschnitt das wäre natürlich ganz cool muss man ja sagen aber naja dann beim nächsten mal gut ich warte mal auf neue aufträge mir gefällt jetzt hier keiner so großartig getriebe ach komm hier die nehmen wir einfach mal noch an muss sind hier auftrag annehmen und dann haben wir ein für das nächste mal dann können wir mal ein getriebe rausbauen aus dem guten auto wir sind es beim nächsten mal ein bisschen tschüss abonniere das ist das ist Vielen Dank.